wir sind jetzt auf dem dach von unserer station weil dr alles in den kommentar mal gefragt hat wie er eigentlich jetzt kanister befüllen kann was ich hier aufgebaut habe ist einmal ein kanister gas tank storage eine kleine röhre einen aktiven ventilator und die stromversorgung die in die station zurückführt ich mache das hier einmal aus wichtig ist dass ventilator nach innen geschaltet ist jetzt steht hier zwar outward also nach außen ist aber ja wie gesagt der umschalter in dem setup zieht jetzt der ventilator die luft an man sieht es ist kein druck in dem kanister aktuell drin ich stelle mich jetzt einfach mal oben drauf macht den ventilator an das fängt beides an zu leuchten in meinen rucksack und legt mir jetzt dieses oxid in die hand und durch die sonne sollte das jetzt gleich schmelzen hinten kommen die schatten schon wieder man sieht die zahl sinkt schon ein bisschen jetzt hören wir auch wie der ventilator arbeitet halten wir den einmal wieder abnehmen die kanister in die hand und haben jetzt hier 687 lupascal drin wenn wir jetzt mit dem tablet mal nachschauen ich habe es schon in der hand das geht mittlerweile sind in dem kanister jetzt 90 prozent sauerstoff und zehn prozent stickstoff das sollte eigentlich schon genügen um die atmung damit versorgen zu können ich nehme jetzt einfach einmal meinen lufttank raus der vorher in meinem anzug drin war nehme jetzt den kanister hier rein und kann mit dem ganz normal weiter atmen wenn wir jetzt hier mal schauen was drin ist da ist natürlich 100 prozent sauerstoff drin ist klar weil da das stickstoff rausgefiltert wurde mit dem setup funktioniert jetzt die filterung nicht da braucht man größeres setup aber ich sage mal mit 90 prozent sauerstoff und zehn prozent stickstoff lässt sich auf jeden fall gut arbeiten man kann das ganze natürlich auch in der station machen aber da werden dann auch logischerweise die ganzen abgas oder diese diese schmutzstoffe und den maschinen ebenfalls mit angesaugt ob das dann so gut ist einmal dahingestellt wenn wir jetzt hier einigermaßen mit zwei drei stecks arbeiten kommen wir schon auf eine ordentliche menge sauerstoff die uns weiterhilft